schön dass ihr wieder dabei seid hier auf meinem brettspielkanal ich bin der chris und heute haben wir wieder eine volle ladung brettspiele total ich werde euch natürlich wieder review empfehlungen geben regel erklärungsempfehlungen und meine drei highlight videos aber heute ja ist die folge ein wenig geprägt von den orakeln aus youtube von den youtube orakeln ja denn die spiel des jahres verleihung steht an und der ein oder andere kanal hat natürlich auch hier ja sein seine orakel fähigkeiten unter beweis stellen wollen und wir kümmern uns hier so ein bisschen welche spiele denn tatsächlich ja gut gute chancen haben und welche nicht so gute chancen haben und natürlich habe ich auch wieder die spiele charts für euch diese woche da sage ich euch wieder welche spiele angesagt sind und ja ich würde sagen wir starten einfach direkt mit dem thema der woche ja und das thema der woche ist natürlich die spiel des jahres verleihung diese diese findet am 23 mai statt und ja hier wird dann wieder das spiel des jahres und das kennerspiel des jahres verliehen und es wird wieder natürlich auch empfehlungslisten geben und ja jetzt hat natürlich der eine oder andere youtuber auch wieder versucht ja das orakel zu befragen bzw selbst als orakel aufzutreten und es gibt die ein oder andere ja runde in der besprochen wird welches spiel denn gute chancen hätte die brettspiel sucht dies die geeks bei better board games bei dem ein oder anderen podcast bei den bretter gogen zum beispiel aber auch bei pile of happiness ja wurden ja wurde diskutiert welche spiele denn chancen haben auf das spiel des jahres und auch das kennerspiel des jahres und ja da sticht natürlich ein spiel besonders hervor und da sind sich glaube ich auch alle einig denn cascadia wird wahrscheinlich einer der preisträger werden ich selbst bin nicht wirklich sicher ob es tatsächlich familienspiel des jahres wird oder kennerspiel des jahres ja es gibt eine familienvariante und das spiel ist sehr eingängig aber die letzten verleihungen haben auch schon gezeigt dass das kennerspiel des jahres doch sehr leicht sein kann deswegen bin ich mir nicht ganz sicher ja wo ich cascadia selbst einordnen soll aber ich ja ich bin da ich gehe da nicht irgendwie fremd sag ich mal cascadia wird auch meiner meinung nach sehr sehr große chancen haben und wahrscheinlich ja den ein oder anderen preis abholen dann ist aber die frage welche spiele kommen denn da noch beim spiel des jahres haben wir ja coole vertreter gehabt hier in den einzelnen videos es werden natürlich solche spiele wie so clever genannt was auch wirklich sehr große chancen hat aber es sind auch so paar außenseiter dabei bei denen ich gespannt sind ob sie überhaupt auf der empfehlungsliste landen canvas ist da so ein titel oder auch show me your sound und was ich auch gehört habe was ich sehr interessant fand fand bei den suchties wurde tatsächlich jackal versus halt auch zum spiel des jahres eingeordnet und nicht zum kennerspiel des jahres da bin ich gespannt ich kann mir nicht vorstellen dass das spiel des jahres wird ich kann mir eher vorstellen dass es kennerspiel des jahres wird aber die einordnung das ist auf jeden fall auf der empfehlungsliste irgendwo landen wird finde ich total richtig dann gibt es natürlich noch so vertreter wie echoes oder karta ventura die ein ja extrem neues genre betreten sag ich mal echo mit so einem art audio mystery spiel und karta ventura was ja das kontinent ja ein klein bringt und in zugänglich bringt was dann auch für jedermann irgendwie was ist abgesehen vom thema also da gibt es das eine oder andere spiel was wirklich chancen hat und ja schaut gerne mal in die einzelnen videos rein ist wirklich sehr interessant ja die argumente die dort auch fallen warum ein spiel ja vielleicht dominiert wird warum es vielleicht nicht nominiert wird warum es gewinnen kann warum es nicht gewinnen kann das spiel dann ja so faktoren wie ja auch preisen rolle dann der ein oder andere verfolgt natürlich auch die blogs oder die podcast der einzelnen jurymitglieder und hat dann auch schon so ein bisschen ja eine vorstellung davon was die jurymitglieder denn gut finden und was sie nicht so gut finden aber ich habe irgendwie aus erfahrungen würde ich sagen dass bestimmt wieder irgendwas auf der auf der liste landet was man überhaupt nicht auf dem zettel hat und ich würde mich dann auch überraschen lassen und ich bin gespannt was denn dann am 23 mai herauskommt wir werden natürlich hier wieder in diesem format danach auch darüber reden und ja da werde ich noch mal gucken vielleicht mache ich da auch noch mal ein extra video zu muss ich mal schauen aber ansonsten werdet ihr hier in diesem format definitiv weiter vom spiel des jahres und der verleihung ja etwas mitbekommen und die spiele hier dann auch kurz vorgestellt bekommen dann kommen wir zum talk der woche und den talk der woche da möchte ich heute euch ein interview mit stefan feld ans herz legen und das hat oiji von oiji spielt gemacht ich hoffe ich habe den namen einigermaßen richtig ausgesprochen der gute oiji ja beschäftigt sich in sei auf seinem kanal relativ viel mit italienischen spielen und auch italienischen spieleautoren die ja ganz groß im kommen sind und ja riesige erfolge gefeiert haben so in den letzten jahren aber in diesem interview ja nimmt er sich stefan feld vor und dieser ist bei ihm zu gast und ich bin da ist ein ganz tolles interview ich finde es ein ganz tolles gespräch zwischen den beiden ich bin es super sympathisch dass der oiji ja dass man merkt dass er auch ein richtiger stefan feld fan ist und das also ein bisschen stolz auch darauf ist dass stefan feld ja bei ihm zu gast ist und ja das macht das irgendwie aus super sympathisch und man erfährt einfach auch ein paar sachen über stefan feld die man vielleicht so nicht erfahren würde wenn man sich nur mit seinen spielen beschäftigt wenn man jetzt die person an sich nicht irgendwie explizit recherchiert ganz tolles und sympathisches gespräch und interview schaut es euch an bei oiji spielt dann habe ich eine regel erklärung die ich euch auch empfehlen möchte und zwar geht es beim brett spiel guru um das spiel human punishment the beginning human punishment the beginning ja ist ein sehr opulentes spiel was als kickstarter version jetzt gerade ausgeliefert wurde ja und wer solche opulenten spiele kennt der weiß auch solche opulenten spiele haben meist eine riesige anleitung eine komplizierte anleitung und eine teilweise auch nicht besonders tolle anleitung das ist so die erfahrung die ich gemacht habe bei kickstarter spiel und deswegen finde ich es klasse dass jetzt schon eine coole regelerklärung online ist das heißt ja wenn ihr da unterstützung braucht zusätzlich zu der anleitung die ja auf jeden fall auch durcharbeiten sollte dort bei der ihr euch auf jeden fall auch einen überblick verschaffen sollte wo was steht nutzt das video vom brett spiel guru um dieses spiel ja euch anzueignen vielleicht empfehlt ihr es auch euren mitspielern die mit denen ihr dann irgendwie in zukunft spielen wollt damit die sich schon mal so überblick verschaffen was denn ungefähr sache ist ja deswegen möchte ich euch gerne das brettspiel regel video vom brettspiel guru für human punishment the beginning ans herz legen dann eine top liste der woche es gab mal wieder die ein oder andere top liste teilweise geprägt natürlich auch durch die nominierung zum spiel des jahres durch die ganzen orakel aber ich habe hier eine top liste herausgesucht und wir haben hier eine premiere denn der spiele blog ist hier das erste mal auch vertreten bei brettspiele total der spiele blog der jörg vom spiele blog hat hier eine ziemlich coole top liste mit raritäten spiele raritäten die er in seinem regal hat aufgestellt da gibt es das eine oder andere spiel was man ja durchaus auch kennt aber auch ziemlich viele coole spiele von denen man vorher noch nichts gehört hat die wirklich teilweise sehr alt sind oder die teilweise wirklich sehr originell sind eine wirklich sehr interessante und unterhaltsame liste da gibt es so spiele bei denen man so denkt so war was das gibt es wirklich oder wort wie kann es das geben und ja mit ganz tollen komponenten teilweise ganz obskuren komponenten ganz interessanten themen eine klasse top liste wie ich finde definitiv ein blick wert schaut auf jeden fall mal in diese top liste rein bei spiele blog mit den top raritäten dann haben wir das review der woche und beim review der woche geht es bei hunter and friends um clash of cultures und wer mein kanal verfolgt der weiß clash of cultures ist ein spiel was mir extremst gut gefällt ich finde das ein ganz ganz tolles spiel bei dem ich bisher immer nur gesagt habe dass mich der preis einfach extrem abschreckt da wir hier ja bei um die 150 euro liegen und in dem review von hunter and friends werden extremst viele wichtige sachen angesprochen die ein ja so ein bisschen nachdenken lassen ob man das spiel denn sich wirklich kaufen sollte und ob das spiel auch noch wirklich in die heutige zeit passt ich finde das sind ganz tolle aspekte vielleicht vorweg das spiel ist nicht so super angekommen bei denen aber trotzdem auch wenn sie in jahren etwas andere meinung zum spiel haben als ich selbst sind das extremst viele punkte die extrem wichtig sind und die man ansprechen sollte bei so einem spiel wie zum beispiel materialen im material schlacht die eigentlich theoretisch gar nicht nötig wäre und einfach auch so ist das spiel noch zeitgemäß von seinen von bestimmten mechaniken die da drin sind und wie fühlt es sich an und welche spiele machen das vielleicht im vergleich besser zu welchen spielen würde man dann eher greifen anstatt zu clash of cultures ein extremst gutes review auch inklusive regelerklärung noch mal bei der ich nicht ganz weiß ob sie wirklich nötig ist aber top dass die auch noch gemacht wurde respekt dafür und ja schaut auf jeden fall mal euch dieses review zu clash of cultures bei hunter and friends an bevor ihr euch entscheidet ob ihr dieses spiel kaufen möchtet oder nicht kommen wir zum projekt crowdfunding projekt der woche und beim crowdfunding projekt der woche habe ich mir ein ja ein projekt aus der spiele schmiede herausgesucht und wenn man die namen spiel works und uwe rosenberg hört dann klingeln bei mir alle alarmglocken und dann gibt es eigentlich auch keine ja kein zögern bei dem projekt musste ich einsteigen es geht natürlich um oranienburger kanal das ist ein spiel für ein bis zwei spieler die wie gesagt design von uwe rosenberg was in zusammenarbeit mit spiel works entstand entstanden ist spiel works kennt man ja durch ja sehr außergewöhnliche spiele wie zum beispiel ja packs pa mir wäre da so ein beispiel ein klasse spiel mit einem extremst außergewöhnlichen komponenten und wirklich außergewöhnlichen mechanismen ja und da war ich halt super gespannt ich bin sofort eingestiegen ich bin noch nicht ganz sicher ob es die richtige entscheidung war weil tatsächlich ja das artwork sieht erstmal wieder richtig schlecht aus muss ich sagen es gefällt mir überhaupt nicht aber ich hoffe dass die mechanismen ja mich überzeugen dass dieses spiel dann auch irgendwann in meiner sammlung bleibt wenn es dann da ist und ja ich bin gespannt ob es hält was es verspricht ich habe immer so ein bisschen bei den spiel works titeln das problem dass sie entweder super super cool sind oder halt super super schlecht es gibt da irgendwie kaum ja so ein mittelwert meiner meinung nach zumindest meinem empfinden nach ja daher bin ich gespannt schaut mal rein wenn euch der ruanienburger kanal von uwe rosenberg interessiert gerade ein projekt in der spiele schmiede wie immer habe ich euch natürlich die ganzen videos die ich euch hier empfehle unten verlinkt lasst dort ist ja sehr gerne ein kommentar damit könnt ihr die anderen kanäle unterstützen und wenn ihr meinen kanal natürlich auch unterstützen wollt weil ihr vielleicht die arbeit die ich hier mache ein bisschen wertschätzt und euch die videos gefallen da freue ich mich natürlich wenn ihr mir einen daumen hoch gebt wenn ihr ein abo da lasst und natürlich auch hier fleißig kommentiert zu dem format ich bin natürlich auch für kritik und anregungen offen vielleicht fallen euch ja auch neue kategorien ein die ich hier einführen kann in diesem format ich bin gespannt und jetzt geht es weiter mit den spiele charts die spiele charts sind heute natürlich geprägt von den titeln ja bei denen das orakel zugeschlagen hat das heißt wir haben hier wieder ja relativ viele titel weit oben die ja sehr gute chancen auf das spiel des jahres haben als ja auf platz 5 tatsächlich ein titel was wahrscheinlich eher keine chancen hat weil es zum einen etwas älter ist und weil es ein kennerspiel ist und zwar geht es um wie die culture wie die culture wurde tatsächlich ja in der letzten woche wirklich wieder oft gespielt in vielen gespielt videos kam es vor auf drei verschiedenen kanälen hatte es präsenzen wie die culture ja ein ein tolles spiel ein worker placement spiel bei dem wir versuchen wein herzustellen sekt herzustellen champagner herzustellen mit so kleinen coolen glas stein ganz tolles spiel ich würde euch empfehlen wenn ihr da reinguckt aber die ja ich glaube es die erweiterung die ist ich glaube die essential edition die dann inklusive erweiterung kommt ich glaube das grundspiel an sich hat noch so einige schwächen was ich bisher gehört habe ich habe auch nur sehr nur mit erweiterungen gespielt ganz tolles kennerspiel heute in den spiele charts auf platz 5 auf platz 4 ein spiel was auch durchaus öfter genannt wurde zum anwärter des spiel des jahres es geht um seven wonders architect seven wonders architects ja die familien version von seven wonders was eigentlich auch gar nicht ein so kompliziertes spiel ist das hauptargument warum es wahrscheinlich nicht das spiel des jahres gewinnt ist weil seven wonders schon ordentlich abgesahnt hat und tatsächlich ja ist es bei nicht vielen leuten so wirklich bleibend in erinnerung geblieben nach dem spielen das heißt hat nicht so wirklich bleibenden eindruck hinterlassen ist wirklich ein solides spiel wohl ich selber habe noch nicht gespielt aber ja ob es chancen auf die spiel des jahres hat ich weiß ja nicht auf platz 3 ja da haben wir natürlich wieder ein spiel was wahrscheinlich oder was mit sicherheit auf der empfehlungsliste für das kennerspiel des jahres handeln landen wird wenn nicht sogar das kennerspiel des jahres gewinnen wird es geht um archenova natürlich ein dauer gast hier bei den spiele charts es gibt glaube ich kein spiel was ja so oft genannt wird in diesem jahr wie archenova ein super super spiel ein erstlingswerk mit zoothema also wer bis hierhin noch nichts von archenova gehört hatte der ja es wird höchste zeit er geht in den nächsten spiele laden holt euch archenova wenn dort noch eins verfügbar ist oder bestellt es euch online ja kann man auf jeden fall ohne irgendwelche hindernisse empfehlen kann man sich definitiv auch blind kaufen selbst wenn man sich noch nicht mit den mechaniken beschäftigt hat ganz ganz tolles spiel heute hier auf der 3 auf der 2 ein sehr neues spiel bei dem ich mir nicht ganz sicher bin es ist eigentlich ein familien spiel was aber doch durchaus vom ranking auch auf bg von der komplexität in den kennerbereich zugeordnet wird das heißt wir wissen nicht so genau wird es vielleicht als kennerspiel oder als spiel des jahres gehandelt und zwar geht es um living forest bei living forest auch ein jahr doch dauer gast in den letzten wochen hier beim bei den spiele charts ja geht es darum den den wald vor feuer zu schützen wir haben hier ja so ein ganz cooles auch so ein bisschen so ein kleines pusherlack element definitiv auch mit schönen komponenten klasse spiel bei dem aber tatsächlich ja so die allgemeine meinung herrscht dass der widerspielwert nicht so super hoch ist weil es dann doch immer das gleiche spiel ist ich bin gespannt ich habe selber noch nicht gespielt ich werde es mir aber demnächst definitiv noch mal anschauen dann werdet ihr auch mehr auf meinem kanal zu dem spiel erfahren und ansonsten schaut mal bei meinen kollegen vorbei da gibt es schon die ein oder andere rezension zu living forest ja und auf platz eins wer hätte es gedacht natürlich cascadia cascadia ein spiel da haben wir es noch mal hier das wird wahrscheinlich bald hier so einen kleinen pöppel bekommen die frage noch ist es der rote pöppel oder ist der graue pöppel ich glaube es ein grauer pöppel das kennerspiel und ja definitiv das beste spiel für mich auch des jahres das eingängigste spiel das spiel was ja wirklich super sagt zu erklären es was einen tollen flow hat was motivierend ist was eigentlich keine schwächen hat was das rad aber auch nicht neu erfindet die mechanismen sind bekannt aber die kombination funktionieren einfach so unglaublich gut dass dieses spiel ja auch gepaart dann mit diesem doch angesagten thema natur definitiv der heißeste anwärter auf das spiel oder das kennerspiel des jahres kommen wir zum spiel der woche und wir schauen doch mal was heute das glücksrad auslos so schauen wir doch mal auf das spiel der woche ich habe mal wieder hier in unser glücksrad alle spiele reingenommen die ich gefunden habe auf youtube letzte woche das sind 318 verschiedene spiele die ich aufgenommen habe und gucken wir doch mal welches das zufällige spiel der woche wird und dann schauen wir doch mal was für ein game wir haben und es ist top ten na das passt ja wie die faust aufs auge top ten haben wir heute hier in dem glücksrad und top ten ist auch wieder eines der spiele die hoch gehandelt werden heiß gehandelt werden als spiel des jahres bei top ten geht es darum dass die spieler einzelne begriffe bekommen und diese dann in einer bestimmten intensität nachmachen müssen oder etwas dazu sagen müssen da kommt es ja darauf an je nachdem wie intro oder extrovertiert man ist ob einem das spiel tatsächlich gefällt ich habe gehört in sehr großen gruppen deutet es deutlich besser wir selber haben es zu viert gespielt meine ich da war es okay ich muss ganz ehrlich sagen es nicht meine art spiel aber ich verstehe durchaus dass diese spiele sehr gut ankommen top ten definitiv ein jahr von diesen party spielen ein besseres von diesen party spielen was in den letzten monaten herausgekommen ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit von 1 bis t-rex nur ein bisschen ja gegner und ein bisschen mit mehr struktur sag ich mal definitiv wäre so ein bisschen eine alternative zu tabu und solchen activity spielen möchte ein etwas moderner ja schaut euch gerne mal top ten an heute das spiel der woche kommen wir zu meinen drei highlight videos das sind noch mal drei videos die ich euch extra empfehlen möchte die ja in vielleicht in eine kategorie passen würden die ich aber noch mal separat euch empfehle weil ich glaube dass der mehrwert besonders hoch ist oder der unterhaltungswert zumindest was meine person angeht vielleicht sieht das ja ähnlich das erste video was ich euch empfehlen möchte das ist bei der brettspiel queen bei der mitte queen entschuldigung bei der mitte queen erschienen und zwar geht es dort um ja zehn kleine online händler die ihr vielleicht noch nicht kennt sie hat ja die verschiedensten online händler die es so gibt außerhalb natürlich der der großen und bekannten ja angeschrieben und gefragt ob diese sich kurz vorstellen möchten ist ja es gibt ja viele von euch ja die vielleicht auch kein brettspielladen irgendwie in der näheren umgebung haben um ja sei ihre lokalen geschäfte sozusagen zu unterstützen und da muss man dann halt auch online händler ja zurückgreifen und hier gibt es zehn kleine online händler die es vielleicht auch schwer haben sich bei google irgendwie durchzusetzen die aber trotzdem wirklich gut sortiert sind die ein interessantes angebot haben und hier werden zehn online händler zehn kleine kurz vorgestellt beziehungsweise sie stellen sich selbst einmal kurz vor definitiv ein cooles format eine coole sache da könnt ihr eure favoriten in eurem browser ein bisschen auffüllen und ja demnächst dann auch die eure brettspiele in den einzelnen online shops ja suchen und auch kaufen das zweite video ja das ist habe ich gehört im grunde genommen zu einer reihe bei denen ich immer ab und zu mal wieder erwähne dass es das gibt und zwar geht es beim mipel wizard mal wieder um carcassonne und ihr wisst es gibt beim carcassonne ja verschiedene es gibt meisterschaften im carcassonne und hier ist ein live stream gemacht worden bei einem match zwischen deutschland gegen argentinien das ist ja ein duell was man vielleicht eher so prestigemäßig aus dem fußball kennt und dann sagt so war deutschland gegen argentinien und hier haben wir aber ein match im carcassonne es gibt dort auch noch einige tipps und tricks das heißt wenn ihr ja mal ein spiel ein carcassonne spiel auf meisterschaftsniveau sehen wollt geht mal beim mipel wizard vorbei dort bekommt ihr außerdem auch tipps wie ihr zum beispiel bei meisterschaft mitmachen können wie ihr euch qualifizieren könnt der kanal beschäftigt sich sehr stark damit ja definitiv irgendwie eine interessante und witzige sache tatsächlich ist das match online ich glaube auf tabletopia ausgetragen worden ziemlich cool was man da so als vielleicht laien carcassonne spieler ja noch so lernen kann was man beim platzieren der einzelnen plättchen und wie beachten sollte ziemlich cooles ding wie ich finde gehört auf jeden fall irgendwie mit zur brettspiel vielfalt welt die wir hier haben auch an videos geht mal beim mipel wizard vorbei und klickt mal rein in sein match argentinien gegen deutschland ja und das dritte video möchte ich euch empfehlen da möchte ich euch eigentlich quasi ein video im video empfehlen und zwar geht es um das spiel des monats bei beta board games ein ja doch durchaus bekanntes format was quasi eigentlich ja gar keine empfehlung wer bedarf aber innerhalb dieses ja innerhalb dieser folge für das spiel des monats im april bei der ich tatsächlich auch selber mitgemacht habe mal wieder mit einem ziemlich coolen spiel was hier gerade doch es hängt sogar hier an der wand pipeline und aber in diesem video gibt es ein beitrag den ich einfach unfassbar gut und unfassbar kreativ an und zwar ist das der beitrag von marcus von one minute board games ihr werdet wenn ihr das video seht das spiel des monats video seht werdet ihr wissen welchen beitrag ich meine es geht um archenova richtig geiles video noch mal respekt für diese super krasse kreativität und für diese tolle umsetzung richtig richtig geil mehr davon brauchen wir definitiv wir brauchen mehr solcher videos ein unfassbar hoher unterhaltungswert und richtig gut produziert respekt und ja schaut mal rein in dieses spiel des monats video im april bei beta board games das was wieder mit brettspiele total für diese woche ich hoffe ich konnte euch einige einige empfehlungen geben schreibt wie gesagt gerne in die comments für anregungen kommentare gebt mir ein abo lasst einen daumen da etc ihr kennt das und dann wenn ihr jetzt noch ein bisschen zeit habt dann freue ich mich natürlich wenn ihr noch ein weiteres video auf meinem kanal guckt ich habe hier ein gespielt video mit ja ganz coolen spiel fünf coolen spielen die ich vorstelle und hier oben eine rezension vom spiel kater ventura das ist ja auch tatsächlich einen so ein kleiner geheimtipp für das spiel des jahres oder kennerspiel des jahres bin ich auch gespannt und ansonsten ja spielt ordentlich bleibt gesund und dann sehen wir uns vielleicht hoffentlich ich würde mich freuen im nächsten video wieder bis bald ciao